Ciao meine Damen und Herren, die Anubis Collection Package Geschichte ist ja mittlerweile etwas über eine Woche schon da und viele haben versucht richtig dick plus zu machen. Hat das bei dir geklappt? Braucht man das alles? Nee Diggi, hab ich es trotzdem gekauft? Ja. Das Anubis Collection Package kam heraus, man konnte oder kann es sich nach wie vor einfach kaufen und da wurde natürlich bei vielen kräftig reingekauft. Alleine schon in der Vermutung und in der Hoffnung, dass eben die ganze Geschichte auch dick ansteigen wird. Es sind einige schicke Skins drin, man kann so für 1,980 das Paket kaufen und viele dachten sich eben, ui, da baller ich richtig dick rein und zieh was Fettes draus und mach plus beziehungsweise halte die Sachen auch alleine schon wegen dem steigenden Preis nach wie vor und mach mir dann in Reibach in x-Zeit. Jetzt habe ich von vorneweg fünf Leuten geschrieben bekommen, heidenei, ich habe das Ding gekauft, ich habe es aufgemacht und es war eigentlich nur Schotter drin. Also so wie halt immer, Standard-Käse-Openings halt. Man kennt es, das ist einfach nur Minus gewesen für die Leute bis jetzt, also zumindest die, die mich erreicht haben. Ich gehe schon davon aus, dass sicherlich auch ein paar Plus gemacht haben, klar. Aber so overall ist das natürlich schon eine ganz schön keckelige Geschichte, zumal man dieses Mal die Sachen ja eben dann, ja eben nicht erspielen konnte oder erspielt hat, sondern sie kaufen musste direkt. Und dann zwar auch sofort öffnen konnte, klar, man hat dann keinen Schlüssel mehr gebraucht. Für 1,80 ist es ja auch etwas günstiger eben, als dann eine normale Kiste zu öffnen mit dem Schlüssel. Normalerweise zahlt man da ja schon ein gutes Stück über zwei Euro für so eine Öffnung. Aber ja, ich denke gerade, das war die verlockende Geschichte, die ganz, ganz viele reingerissen hat. In einem möglichen Weise eben dann ein recht großes oder mittelgroßes Minus. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch Leute, die damit, wie gesagt, Plus gemacht haben. Ihr könnt euch gerne hier unter dem Video melden, falls ihr damit dick was eingefahren habt. Ich werde auch selbst gleich noch eine Kiste öffnen, ganz am Ende, oder ein Package. Ich habe mir eins gesnackt und werde dann mal gucken, was drin ist, so wie ich mich kenne. Irgendwas Graues oder Hellblaues. Die Skins an sich haben wir uns ja schon angeschaut und ich habe für meinen Teil gesagt, mir gefallen sie nicht so extrem gut. Aber klar, wenn man die ganzen Geschichten aufmacht und zum Beispiel diese neue M4 an den Start bringt, dann hat man ja schon immerhin ein bisschen Geld am Start, wenn ich so in den Steam-Markt reinschaue. Die läuft hier gerade so zwischen 200 und 1100 Euro. Ja, das ist ja natürlich schon ein schönes Plus, dass man aus noch nicht mal zwei Euro machen würde. Aber wie gesagt, die Hieroglyph oder sonst was, oder der Revolver, da sehe ich mich dann doch leider eher beim Zug. Und das Ding liegt bei 6 Cent. Im Livestream-Chat kam die Frage auf, ob sowas wohl öfter jetzt passieren wird in naher Zukunft, dass halt solche Collections rauskommen, die man sich dann direkt einfach so einkaufen kann und die normalen Kisten obsolet werden, beziehungsweise nicht obsolet werden. Aber dass es möglicherweise auch jetzt gerade akut eine Eindämmungsmaßnahme bezüglich der Kistenpreise sei. Pipapo, da haben sich ziemlich viele einiges irgendwie aus den, also gefühlt aus den, aus den Fingern gesogen. Wobei ich natürlich nicht weiß, was der Gedanke dahinter war, dass, ja, die ganze Sache jetzt so gehandhabt wurde und nicht anders. Gut angekommen scheint es ja trotzdem zu sein. Also so viele, wie wir eben reingekauft haben, ja, war das wohl zumindest ein verlockendes Angebot. Ich denke auch gerade, dass die ganz neuen User, die bis dahin nur die Kisten kannten, da halt vielleicht dann sehr angetan waren und sich gedacht haben, uiuiui, da muss ich ja mal ganz geschwind reinkaufen. Geilo. Ich muss gar nicht das Glück haben, dass ich irgendwas gedroppt bekomme, also an Kisten, sondern kann das einfach direkt snacken und öffnen, so wie ich es eben auch gemacht habe und jetzt dann auch gleich einmal öffnen werde. Hier aber nochmal kurz der Aufruf an alle, die hier reingekauft haben, auch wenn es nur ein bisschen war, wie ist es bei euch, wie ist es bei dir gelaufen? Konntest du was Leckeres rausziehen oder ist es eher die hier geworden? Die es wahrscheinlich bei mir wird. Ich kenne doch mein Glück. Und jetzt werde ich auch nicht mehr lange rumschnacken, ich werde die ganze Geschichte einfach einmal öffnen und ich habe jetzt die Facecam nicht am Start, denn ich bin im neuen Büro und die... Ja, wohl, komm, warte mal. Die sieht halt ranzig aus. Ist alles ein bisschen kokolores noch hier. Aber wir können ja mal kurz... Hallo. Jetzt, ihr Boy. Da steht jetzt nur so ein paar Acryl- und Silikonflaschen, weil ja noch alles abgespritzelt wird oder wurde. Äh, ja. Sonst gibt es hier noch nichts zu sehen. Der Büroumzug wird auch noch ein bisschen dauern, bis das dann schlussendlich alles geschehen ist. Wird noch ein Weilchen vergehen. Ich ziehe also einfach einmal rein und da habt ihr auch direkt das Gesicht dazu, falls es doch was werden sollte, weiß ich mir, wie immer. Fucking shit, dude. Ah. Das ist genau die geworden. Ja, wie ist es bei dir gelaufen? Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip. Denn dann geh ich mit deiner dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe. What?